Was verbirgt denn hinter der Tür? Hören Sie bitte Abstand, bis die Türe vollständig geöffnet wurde. Warte, warte, bis die Türe vollständig geöffnet wurde. Okay, wir warten. Die Folge können ein bisschen länger dauern, ja? Und was hast du letzte Woche nicht so gemacht? Ich weiß es nicht. Oh, passen wir. Ey, Gott sei Dank passen wir durch. Stell dir vor, wir werden Patzen. Wir werden nicht durchgekommen. Scheiß, Alter. Willkommen im Nest. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Ja, geil. Klingt wie Urlaub. Okay. Dazu. Weil die Katzen nicht aktiv sind, weil die noch neu kam. Jetzt wird die Sektor die Sitzung. Sehr schön. Können wir nicht wieder Licht haben? Nein. Sollte ich ja wohlfühlen, haben die Watt gesagt. Wo, warte, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ja, du bist männlich. Du bist männlich. Wo geht denn? Nee. Pomp, äh. Ja, ich... Ah, das ist die Tür. Okay, ich dachte schon, da wäre keine Tür. Ich glaube, das Spiel sagt ihr, du sollst mit Klär oder so, mit wem auch immer der L rumrennen. Und nach links dürfen nur Frauen. Nein, das war beides. Links nach rechts und links geht's zur Cafeteria. Verdammt! Die Tür dürfte sich wahrscheinlich öffnen. Wenn erst hinten. Ah, wir haben es die Türschüler wie eins nur. Verdammt! Cool. Und die geht automatisch auf. Und ich glaube, der andere ist auch noch da, oder? Oh, jetzt sagt er, die Tür geht auf. Da lag man hier auf dem Tisch. Ah, man. Ah, der ist tot. Oh, der ist basierend auf unserer aktuellsten Bio-Forschung auf ihren Nährstoffbedarf zugeschnitten. Oh, also. Oh, oh. Ich finde, Zombie-Fleche ist voll. Genießen Sie unsere Auswahl gesunden Nahrungs- Genau auf den Schuss. Ich habe vielverschluss die maximale Kapazität. Hat genau gepasst. Aber ist hier nur was rot. Ist sie hier raus? Na, willst du raus? Na? Durch diese Tür, denkst du. Oh, Kaffee. Ne, was ist das? Ah, Benzin. Oh, oh. Wir können noch eine Sache mitnehmen. Nein. Nachladen. Jetzt können wir mehr Sachen mitnehmen. Wir können noch zwei Sachen mitnehmen. Wer, wer, wo? Ah, da. Ist die gerade jetzt vielleicht blau? Vielleicht zwischen Schatten dachte ich, da wäre einer, ey. Verlust. Alter, das ist doch Schatten. Hm. Sehr beruhigend. Ja, beten wir erst mal eine Runde. Mal kurz, sag ich, heller. Lebst du noch, Freddy? Lebst du noch? Guck mal, ich disrespekte. Und guck den ganz an. Ich guck mal, ob der hier irgendwo noch Munition liegt. Ich guck da ist neben noch was, ja. Ah. Jetzt dürfte es aber alles gewesen sein. Nein. Verdammt. Vielleicht wegen der Leiter, weil wir müssen die vielleicht Algo benutzen. Das kann sein. Aber sonst habe ich ja alles abgecheckt, ne? Ja. Wenn es nicht so verdammt dunkel wäre, könnte ich das viel besser sehen. Das ist echt ein bisschen nervig. Aber ja, das können wir mal machen. Und einmal hoch. Nein. Ich hasse solche Gänge. Keine Ahnung. Aber ich könnte in die Küche rein. Ja. Nebengang ist aber auch nichts. Zumindest noch Material, was wir mitnehmen können. Das ist jetzt beschissen. Das ist sehr beschissen. Ja, jetzt bist du beiden noch. Ah, gut. Nimmst du alle mit. Besser ist es sicher. Und sonst reizt ihr gleich nochmal zurück an die... an den Wagen. Ist auf der rechten Seite noch was gewesen? Aber auf dem Herd lag aber auch noch was, ne? Der jetzt linken Seite da. Links. Ah, okay. Okay. Stell vor, der Gottstück schon noch zum Missing den Helm tragen, ey. Hatten wir doch jetzt mal, ne? Ah, der trägt so'n Armband. Okay, Moment. Kann er es nicht einfach kurz ablegen? Nein. Oh, scheiße. Ja, auch den kannst du ja gerade nirgends wo. Ah, okay. Kann das sein, dass hier der Knoche fehlt? Oder ein Buchstabe? Ja. Verdammt. M-O-V. M-O-F, meine ich. Meinen Sie, wer hat denn da was? Meinen Sie ernsthaft? Wer hat denn da was? Wo war denn das? Was? Weißt du? Da! Das war SZF. Okay, ja, ich dachte vielleicht, wären da noch... Ey, wollt ihr noch gucken? Dann ist mal, das ist ja irgendwie auch... ...kombinieren direkt. Schön. Okay, dann kommen wir gleich nochmal wieder. Du musst auf jeden Fall was auflegen. Jetzt kannst du hinten durch. Du kannst ja direkt zur Kiste rennen. Ja, aber. Ich bin da nicht drauf wussten. Jetzt war ich fertig mit automatischen Türen. Also, ich bin da nicht drauf gefahren. Alles gut. Nächstes Guteil. Es sind bestimmt 20.000 Zombies. Da. Da! Nein, der erste Kiste nehme ich an ihr rollen. ich glaube das auch man kann es auch nicht nein ich bin Leo Marsha ich helfe das ach ja du warst ja typisch so irgendwie so ne Neon Leon S. Kennedy ja 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 Scheiße jetzt auf das blaue Kraut auf Platz Granate nehmen wir erstmal mit ähm das können wir eigentlich auch erstmal weglassen ja ne Messer müssen wir nein Messer kannst du wegtun ja du hast das besser nicht getan so dumm macht man das ja Scheiße Muni holen nachladen und weiter geht's Speichert speichern sich nicht verdammt wir dürfen nicht sterben da ist mir jetzt gar nicht aufgefallen nein ich denke du hast über eine automatische Tür ich will jetzt nicht ja ja da war nichts ja nur auf was vor dem Widerschritt das ist man kann man wenn man weiter aus dort vorbeigeht was wir haben Schrauben ja das war uns das hat Glück die Muni war da noch um in einem anderen Raum ja was wir haben da nur mit dem Städten zumal Gucken der Karte ein das ist das ist das ist der 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 die 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 der schlitter 10 ob das ist zurückgemacht muss es ist anstrengend Prozent so also wieviel zu haben jetzt hier die Schicht hat erfordert dringend ihre Anwesenheit im Ostbereich ich frage mich wo das zu tun uns hat man nicht verlassen wo ist er das ist der Raum da hinten wo wir noch nicht reingekommen sind ja doch da sind wir reingekommen ja doch ja dann ist er dahinter ja das war das arbeit das wir hatten deswegen sind wir wie ah stimmt ja deswegen das war jetzt gerade so ein Hinweis dass wir dahin gehen müssen um dieses äh dings zu bekommen wahrscheinlich oder so ja die Kiste und weiter haben wir sind ganz und hätte ich da gelaufen ne warte bevor ich speichert wir brauchen Platz ein Messer haben wir ja ok zum Schluss haben wir halt noch ein paar Flashbangs und so ok ja schon kann man ihn das sieht mir nach einem Raccoon aus 4 Schuss 4 Schuss jetzt hat er sogar 2 nachladen für später schlechte Zeiten ok was zu lesen auch kann es doch gut das heißt ö die Partie kann man auch das war's die Karte auf doch Karte im Text das ist ein Dokument gewesen nein es war Karte das war eine Akzessierung von unserem Map das ist ja automatisch auch geöffnet also wir haben wissen schon alles wir hätten jetzt noch gewusst dass dass wir da weitergehen da war noch mehr drauf das geht's ja da stand aber jetzt nur Karte das Rapport also und hier ist auch alles jetzt haben wir ja alles geholt das heißt jetzt geht's hier weiter ja ja wir hätten wir hätten es sonst nicht weitergehen wir mussten es darum laufen um jetzt hier durchzukommen das ist sofort voll Bossfight mäßig aus das Ding war doch noch bezeichnet auf der Karte ach du äh der steht noch auf da hat zumindest was okay so Alpha an Ghost von Westreich versucht wohl das antivirus zu holen hier Ghost verstanden Renovue und Punkt W3 roger hier Alpha C erreicht der Stand warte auf C Person Ok es ist ein R Virus gesichtet wir gehen rein Dr. Birken Sie kommen jetzt ganz ruhig mit uns ach war das nicht dieser eine den wir jetzt gerade runtergeworfen haben kann sein ja ne und da hat er sich irgendwie mutiert das Virus ist im Westbereich ist klar ist denn da Alpha Wand oder könntest du da runter springen geht nicht Alpha Wand ok nein das ist guck mal guck mal wie hoch das ist ja ok das ist ne das schafft er nicht stell vor jetzt steht da einer macht das einfach zu ja das wäre ja wo ist das der steht wieder auf und macht das zu oh oh wir brauchen ein bisschen unser Ding upgraden verdammt du bekommst wahrscheinlich an die anderen Gänge ne oben links da dann kannst du an die anderen Dinge einstellen nur nicht da nur eine Seite der beste Eingang der beste Eingang der beste Eingang ne wieso kommen wir zum Ost Eingang das heißt wir müssen uns upgraden ok wir fahren jetzt um Level 3 zu werden wenn du es jetzt einfahren dann wirst du schneller da hinten da zumindest ist das Helm ich glaube das ist nur rot weil es ein Komplex ist mit dem Nebenraum mh 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 das war voll vorgespräch das mal gucken die gespräche das ist auch nix ok das war schon dann hast du noch zwei Minuten deiner Zeit übrig es gibt doch diesen modus da wo du ab und zu speichern kannst du nicht die ganze zeit speichert oder so etiketten so speichern aus der abkommunen was du das noch nicht was ist das was da drinnen hängt er scheiße okay du wirst mich verarschen deshalb müsstest gegen kwanzen kämpfen was ist hier passiert umbrella was seid ihr für idioten führungspersonalrechte für computerzugriff erforderlich das ist meine berechtigung die tür war nur zugewachsen mit den dingern das ist alles Alter ich brauch glaub ich gleich den hier okay wir versuchen es erstmal hoffen mal mit der Pistole und dann wird das ja alles abgefackelt das muss ein Wunderbrennen das hätte jetzt runter und bewegt sich oder was passiert da jetzt okay ganz normal mit der Schottgang ja wenn der jetzt mich anfällt so definitiv passiert ich guck da nicht hin oh äh äh hallo hallo warum wo sind da mehrere ne ich glaube da passiert noch nichts du musst da hin das wegnehmen und dann geht's los alter äh jetzt war das fack mich doch nicht ab weißt du was weißt du was weißt du was weißt du was alles abgefackelt siehste Feuer Feuer ja weil es Pflanzen länger sind na 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 allerseits ist das Ding auf den Augen du kannst also auch schießen ja aber ich weiß nicht ob das Pugeln gegen Pflanzen ausreicht was ausreicht ich weiß nicht ob das Pugeln gegen Pflanzen ausreicht bei so einer riesenpflanze oder so hallo die Musik hat mich so ein bisschen äh fertig gemacht was drück mal irgendwas hey kam oder was mhm da muss irgendwo die Symbole da geklingeln mhm was willst du jetzt machen mhm ok alle guten Dinge sind 3 ich hab das ok wenn das jetzt richtig gewesen wäre bumm Junge was ist hier Lösung wird zersteigt ähm was hast du getan ok ok äh äh hast du es genommen? ja aber ok äh ich 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 hab keine Ahnung was das äh sind die jetzt tödlicher oder weniger tödlich äh äh gehst du noch weiter oder ist jetzt warte das geht da rein äh ich hab kurz jetzt was gehört äh willst du weitermachen? was anderes wird mir ja nicht übrig tsch ja gut ja gut Leon glaubt an dich verdammt aber die hat nicht glaubt neun 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 naa ah neun 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020